Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Heute bei uns von Direct Action Gear die Vanguard Combat Pant und das Combat Shirt. Direct Action Gear ist ja bekannt für Hucksäcke, Plattenträger, modulare Taschen und so weiter. Hat jetzt auch schon seit einer längeren Zeit das Vanguard Combat Set auf dem Markt und wir haben es jetzt auch mal hier bei uns zum Vorstellen. Einmal das Shirt und die Hose, alle Details gleich hier. Wir starten mit dem Direct Action Gear Vanguard Combat Shirt. Wie üblich bei Combat Shirts werden zwei verschiedene Materialien verwendet. Einmal im Torsobereich und einmal Schulter- und Armbereich. Im Torso setzt Direct Action Gear auf Polartec Power Dry FR. Hier hat man natürlich den Vorteil, dass man eine bessere Luftzirkulation hat unterm Plattenträger, dass man nicht so schnell schwitzt, besser belüftet die ganze Geschichte und natürlich auch ein bisschen angenehmer auf der Haut, wenn der Plattenträger das Ganze zusammendrückt. Im Schulterbereich und im Hals sowie auch an den Armen wird ein Nylon-Kotten-Gemisch verwendet und zusätzlich zum Schutz im Ellbogenbereich bzw. außen am Arm hat man nochmal ein 500er D-Codura als Abriebschutz. Features bei einem Combat Shirt gibt es natürlich nicht so viele. Wir haben auf jeden Fall einmal einen Zipper, der bis zur Brust aufgeht, um da nochmal zusätzliche Belüftung schaffen zu können. Die obligatorischen Bizeps-Taschen mit Reißverschluss und einer Klettfläche für Patches. Die Bündchen lassen sich unten mit einem Klettverschluss sauber einstellen. Hervorzuheben ist hier noch, dass der Kragenbereich nicht komplett aus Nylon-Kotten gefertigt ist, sondern hier hat man wirklich hinten im Nacken bis nach oben den Polartec Power Dry Bereich gezogen und den auch nochmal am Rand außen herum gelegt, damit man wirklich auch ein sehr angenehmes Gefühl am Kragenabschluss hat. Wie man es sich bei einem Combat Shirt wünscht, sind die Nähte nicht auf der Schulter ausgeführt, sondern natürlich nach vorne und nach hinten verschoben, damit man da, wenn man einen Rucksack trägt oder auch einen Plattenträger, keine Nähte hat, die Druckstellen verursachen können. Die Direct Action Gear Vanguard Combat Pant ist ebenfalls aus Nylon-Kotten gefertigt. Hier hat man natürlich nochmal in den Kernbereichen oberhalb der Knie im Schritt und oberhalb des Gesäßes ein Vorweichswert für mehr Bewegungsfreiheit eingesetzt. Angelegt wird die Hose mit einem Klettverschluss und einem Reißverschluss. Für den Gürtel habt ihr hier breite Gürtelschlaufen, einmal umlaufend. Wir haben zusätzlich keine Verstellmöglichkeit am Bund, um nochmal nachzujustieren. Das heißt, hier muss man wirklich nach der Größe gucken, welche man auswählt. Die Hosentaschen sind geräumig, um auch damit Handschuhen gut eingreifen zu können. Am Ende der Hosentaschen ist hier auch nochmal mit einer Kodura-Verstärkung gearbeitet worden, damit der typische Clip vom Messer gut reinpasst. Anders als bei anderen Herstellern hat man sich hier dafür entschieden, keine Gesäßtaschen einzusetzen. Dafür hat man aber bei den Oberschenkeltaschen nochmal hier ein bisschen mehr Gas gegeben und hat neben den normalen Oberschenkeltaschen bei den Front-Oberschenkeltaschen nochmal eine größere Variante gewählt. Hier hat man auch einen Zipper und innen drin ist nochmal eine Unterteilung, um da entsprechend auch ein Magazin oder ein Block oder sonstige Gegenstände am hinteren Ende der Tasche fixieren zu können. Die YKK-Reißverschlüsse lassen sich hier jeweils immer an den Enden in der Zipper-Garage parken, damit sie vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Die Oberschenkeltaschen der Direct Action Gear Vanguard Combat Pants sind mit Klettverschluss und einer Flappe verschlossen. Hier hat man das typische Blasebike-Design, das heißt die Tasche liegt eng an, kann aber bei Bedarf ausgeklappt werden. Zusätzlich hat man hier einen elastischen Bund oben verwendet, damit man, wenn man die Flappe nach innen packt, wo auch nochmal ein Klett vorgesehen ist, damit die Flappe da festgemacht werden kann, damit habe ich dann die Möglichkeit, diese Tasche auch als Damp-Pouch für Magazine zu benutzen. Im Kniebereich setzt Direct Action Gear auf 500 Dekodura. Hier kann man Kniepolster einschieben von unten. Es gibt zum Beispiel von Direct Action Gear direkt auch diese typischen Neopreneinschübe, die kann man hier verwenden, aber natürlich auch alle anderen Hersteller passen da soweit rein. Dazu ist auf der Unterseite ein Klett vorhanden, um das Polster einzuschieben. Der Kniebereich ist hinten verstellbar. Dazu hat man rechts und links jeweils einen Strap, den man mit Klett fixieren kann, um da entsprechend dann auch den Kniebereich vorne fest fixieren zu können. Eine Höhenverstellung des Kniebereichs gibt es leider nicht. Im unteren Bereich findet man nochmal rechts und links eine Unterschenkeltasche, die zum Beispiel für Törnikeys, Verbandspäckchen oder sonstige kleine Gegenstände geeignet ist. Die Hose lässt sich am Fußende mit einem Strap und Klettverschluss noch fein justieren. Das war die Vorstellung der Direct Action Gear Vanguard Combat Pant und des Vanguard Combat Shirts. Wir finden, das ist eine recht gelungene Geschichte. Beim Combat Shirt gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Bei der Hose hätten wir uns noch gewünscht, dass man den Kniebereich nochmal mit einem Zugband verstellen kann. Aber ansonsten ist da auch alles super umgesetzt. Sehr, sehr gute Qualität, gute Verarbeitung, kann man nicht meckern. Ihr bekommt das Vanguard Combat Set überall dort, wo man Direct Action Gear kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie findet ihr das Combat Shirt in die Hose? Tragt ihr selber solche Klamotten auf der Arbeit oder in der Freizeit? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, Lack, Liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Bye, bye. Bis dann. Bis dann. Bis dann.